Hallo liebe 96-Fans, ich bin Matthias Ostscholleck und ich freue mich auf die Saison mit euch. Ich gehe auf Toilette und fokussiere mich nochmal. Dafür bringe ich am liebsten die Zeit mit meiner Verlobten und wir versuchen auch ziemlich viel zu reisen bzw. neue Sachen kennenzulernen. Wir würden auf jeden Fall unbedingt noch nach Australien und Neuseeland. Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn und eine kalte Cola. Nett, freundlich, sportbegeistert und familiär.